Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Jogler66, Stunde der Wahrheit. Wie ihr an dem kleinen Skype-Symbol oben auf dem Bildschirm erkennen könnt, wieder mal in Zusammenarbeit mit Bruder Michael aus Deutschland. Den ich ganz herzlich begrüße über Skype, heute wieder zu mir gekommen zu sein, um mich zu begleiten bei der nächsten 36. Lesung des Buches von Karl Theodor Griesinger über die verborgene Wirksamkeit der Jesuiten von der Gründung des Ordens bis jetzt im dritten Buch des ersten Bandes im zweiten Kapitel. Und da werden wir gleich fortfahren. Aber erst möchten wir natürlich Michael begrüßen. Hallo Michael, schönen guten Tag oder guten Abend besser gesagt heute am Montag, den 4. Juni, 20 vor 9 abends, dass wir uns eingefunden haben. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ja, ging so. Es war halt Montag. Aber hallo Jörg, hallo liebe Jogler66, Zuhörer. Wir machen heute mal wieder weiter mit dem regulären Text von Griesinger und sind mal gespannt, welche Sachen wir heute wieder aufnehmen werden. Naja, warum sagt der Michael, wir machen weiter mit dem regulären Text? Weil wir zwei Videos eingeschoben haben über dieses wichtige Kapitel, in dem wir jetzt uns befinden. Und da hatten wir zwei Videos eingeschoben und die zwei Videos, die solltet ihr euch sicher anschauen, weil ich während des Lesens dieses Kapitels, das jetzt kommt, mich mit Kommentaren ziemlich zurückhalten werde. Aus dem Grunde, weil wir das meiste, was es hier an Kommentaren so gibt, im Grunde schon besprochen haben, während der zwei Videos. Wie gesagt, der Link der Videos ist in der Beschreibungsbox dieses Videos. Nur ich möchte eben nochmal, bevor wir hier mit dem Artikel anfangen, eine kurze Begriffserklärung euch geben. Wir lesen hier, dass das zweite Kapitel heißt, die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen. Und wir lesen direkt im ersten Absatz von Pädasterie, wobei die meisten Menschen hauptsächlich bekannt sind mit dem Ausdruck Pädophilie. Also dachte ich, ich gehe mal kurz auf Wikipedia und wir schauen mal eben nach, was sagt Wikipedia zu Pädasterie. Und Pädasterie wird bei Wikipedia bezeichnet als eine institutionalisierte Form von Homosexualität, Also Sodomie, wenn man das biblisch ausspricht, im antiken Griechenland zwischen Männern und männlichen, älteren Kindern und Jugendlichen. Also, folgens Wikipedia kommt das aus Griechenland. Meines Erachtens kommt das schon viel früher aus Babylon. Man kann dann natürlich auch den ganzen Artikel weiterlesen und kann sich da noch drin vertiefen. Zum Beispiel wird hier auch zum Beispiel gesagt, das finde ich immer so ganz witzig, wenn Sie hier politisch korrekt probieren zu sprechen. In der Neuzeit steht hier, sollte man sich wirklich mal eben anschauen. In der Neuzeit steht hier, hat man in der Analogie zur historischen Bedeutung oft auch ähnliche Beziehungskonstellationen in anderen Kulturkreisen und Epochen als Pädasterie bezeichnet. Also in anderen Kulturkreisen und Epochen, wenn nicht Griechenland, dann muss es ja davor gewesen sein. Wie ich sage, Babylon, Medo-Persien, das war immer schon beim Heidentum. Jedenfalls im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert, heißt es hier, diente er auch zur Bezeichnung von Homosexualität, also Sodomie, an sich oder jeglichem Analverkehr und ersetzte damit den wegen seiner religiösen Untertöne kompromittierenden Begriffen Sodomie. Ersetzte den Begriff Sodomie. Aber Gott lässt seine Begriffe nicht ersetzen, nur der Mensch ersetzt seine Begriffe. Und deswegen werdet ihr verstehen, dass ich hauptsächlich den Ausdruck Sodomie gebrauche. Und was sagt er zu Pädophilie? Das hatten wir also Wikipedia gelesen, was Pädasterie ist. Und bei Pädophilie sagt Wikipedia, das primäre sexuelle Interesse an Kindern vor Erreichen der Pubertät. Also der Unterschied mit der Pädasterie ist, dass das sexuelle Handlungen sind mit Kindern und Jugendlichen, die die Pubertät bereits erreicht haben. Und Pädophilie runtergeht bis auf Neugeborene. Das braucht ihr gar nicht so entsetzt zu gucken. Neugeborene, was erzählt der Jörg denn da? Ja, lest euch mal den Kinsey Report vor. Da werden sexuelle Tests gemacht, Selbstbefriedigung und da werden kleine Kinder onaniert, die drei Monate alt sind. Und dieser Kinsey Report ist Grundlage in Deutschland für die Sexualkundeunterricht heutzutage. Aber da könnt ihr euch andere Videos anschauen auf meinem zweiten Kanal, unter anderem von Klagemauer TV und auch selbst darüber informieren. Das habe ich alles bereits besprochen, da gehe ich heute gar nicht drauf ein. Das ist eben der Verfall unserer Gesellschaft. Nur eben diese Begriffserklärung wollte ich eben noch abgeben. Den Unterschied zwischen Pädophilie und Pädasterie und natürlich die Erklärung von was Sodomie ist, nämlich der Analverkehr. Deswegen sagt die Bibel ja auch, dass es nicht natürlich ist, bei einem Mann zu liegen. Aber wie gesagt, schaut euch die beiden Videos an, die in der Beschreibungsbox dieses Videos angegeben sind. Das erste Video hält den Titel des Artikels, den wir hier gelesen haben, Wenn die Mauer des Schweigens bricht, wie ihr hier lesen könnt. Schaut euch die Videos an, dann findet ihr eine ordentliche Erklärung davon, mit dem wir uns hier bereits beschäftigt haben. Und jetzt fahren wir eben, wie Michael gesagt hatte, fort mit der regulären Lesung im 36. Teil des ersten Band des dritten Buches, im zweiten Kapitel von dem Buch von Theodor Griesinger, die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen. Wenn ich schon das vorige Kapitel, das wir gelesen hatten, wo es um die sexuellen Verfehlungen mit Frauen ging und im Beichtstuhl, wie ihr euch erinnert, Mit vollkommenem Widerwillen niederschrieb, so erregt mir das nun folgende geradezu Ekel. Allein als Geschichtsschreiber muss ich tun, was meines Amtes ist. Und das einzige, was ich mir erlauben darf, ist Kürze in der Darstellung. Es handelt sich diesmal nämlich nicht von einem natürlich, sondern vielmehr von einem unnatürlichen Laster, von dem der Gnadenliebe oder Pedasterie, wie die Griechen sagen. Und dass dieses in den jesuitischen Erziehungsanstalten vollständig eingebürgert war, ist eine leider nur allzu sehr verbürgte Tatsache. Und hier sind wir letztes Mal in die anderen Videos reingegangen und haben den Text gelesen, wenn die Mauer des Schweigens bricht und haben erklärt, dass es bei Lange, also hauptsächlich nicht nur bei den Jesuiten so ist, sondern in der römisch-katholischen Kirche überhaupt und wo das herkommt. Aber der Autor fährt jetzt fort und sagt, schon die Reichen und Vornehmen unter den alten Atheniensern, so nannte man also früher wohl die Menschen aus Athen, frönten dieser Lust und von ihnen ging dieselbe auf die Reichen und Vornehmen unter den Römern über. Doch nur auf solche, welche die Freuden am Weibe bis zum Übermaß genossen und dadurch ihre sinnlichen Gefühle in einen krankhaften Zustand versetzt hatten. Eben deshalb waren es auch meist nur bejahrtere Männer, welche den besagten Laster sich hingaben, bejahrtere und zugleich geistig und körperlich überreizte Männer, die eines ungewöhnlichen und unnatürlichen Kitzels bedurften, wenn sie noch aufgeregt werden sollten. Junge, frische, naturwüchsige Burschen aber, in denen noch Manneskraft wohnte, wandten sich mit Abscheu von jenem ekelhaften Getriebe ab, wohlwissend und, wenn nicht wissend, doch fühlend, dass sich nur durch die Umarmung eines Mitglieds ihres eigenen Geschlechts nur selbst besudeln, selbst schänden würden. So beschränkte sich also die Knabenliebe bei den Griechen und Römern mehr nur auf ältere, verlebte Sünder, ohne je ins eigentliche Volk überzugehen. Ja, sogar ohne, dass man sagen konnte, dieses Laster sei in einer bestimmten Klasse von Menschen in einem bestimmten Stande zu Haus und eingebürgert. Außerdem, und dies ist ein weiterer, nicht hoch genug anzuschlagender Milderungsgrund, gehören die Knaben und Jünglinge, deren man sich bediente, mit wenigen Ausnahmen dem Sklavengeschlechte an. Und da man dieses als Sache und Eigentum, als ein Objekt und nicht als ein Subjekt betrachtete, so beging man doch wenigstens keinen Missbrauch an einem ebenbürtigen. Ich habe hier mal ein paar Bilder vorbereitet und ich möchte euch da mal eben eins von zeigen. Zum Beispiel dieses hier, ein altes biblisches Bild, wie ihr seht, wo es darum geht, wo dem Moloch geopfert wurde, wo dem Moloch Kinderopfer gebracht wurden. Und diese Kinderopfer gingen natürlich im Priestertum, damals in dem Priestertum auch einher, mit Kindesmissbrauch. Oder dieses Bild, das sehr aktuell ist, da geht es nämlich um Nonnen, die arrestiert wurden, weil sie Dutzende von Kindern gefoltert hatten. Wie ihr sehen könnt, der Artikel ist vom 9. Mai 2018, ganz neu. Also, es sind nicht nur Jesuiten, es sind nicht nur Priester und Mönche, es sind auch Nonnen, die Kinder missbrauchen, auf jede mögliche Art und Weise. Lass das Bild hier mal stehen und dann lesen wir mal eben weiter. Also, die Sklaven wurden als Objekt und nicht als Subjekt betrachtet und somit beging man doch wenigstens keinen Missbrauch an einem ebenbürtigen. Das ist typische jesuitische Sophisterie, obwohl es hier jetzt also nicht um Jesuiten geht. Wie ganz anders aber bei den Jesuiten, sagt der Autor. Sie waren keine abgelegten Greise, wenn sie anfingen, sich dem schändlichen Laster zu ergeben, sondern die meisten von ihnen standen zu jener Zeit im kräftigsten Mannesalter. Bei ihnen galt nicht die Entschuldigung des Reichtums und der Übersättigung und ebenso wenig konnten sie den Umstand für sich geltend machen, dass sie die Größe der Sünde, die sie begingen, nicht gekannt hätten. Vor allem aber, ihnen vertraute man die Jugend aus den besten Ständen an, um dieselbe zu einer wackeren, tugendhaften Mannheit heranzuziehen und sie missbrauchten diese Jugend zur Befriedigung ihrer vierchen Begehrden. Sie missbrauchten sie und legten dadurch in jene Knaben und Jünglinge den Keim zur eigenen Entsittlichung in der Nachahmung der schändlichen Lebensweise. Ruht also nicht ein doppelschweres Verbrechen auf den Söhnen Loyolas? Ein Verbrechen allzu groß, um je gesühnt werden zu können? Ich habe hier noch ein paar andere Bilder vorbereitet und werde euch mal ein anderes Bild zeigen, wo es um den Missbrauch wirklich in der römisch-katholischen Kirche geht. Nehmen wir mal dieses hier in der Zwischenzeit. Ich weiß, es ist nicht so ein besonders hübsches Bild, aber das ist ja auch kein besonders hübsches Thema, davon mal ganz abgesehen. Doch ich darf nicht bloß anklagen, sagt Theodor Griesinge hier, sondern ich muss auch den Beweis für die Anklage führen. Und so sei es mir dann erlaubt, hier wieder denselben Gewehrsmann, den ich oben wegen des Verhältnisses der Jesuiten mit den Nonnen anführte, sprechen zu lassen. Niemand als Gott, sagt er in seiner berühmten Schrift über den Orden Jesu, niemand als Gott weiß und prüfe die inneren Herzensgedanken der Menschen und es steht einem Sterblichen nicht zu, in dessen Ratsstube zu treten. Deswegen kann ich aber doch sagen, dass ich unter allen Menschen, die ich kennenlernte, noch nie hitzigere, leidenschaftlichere, brünstigere und für die Sinnenlust flammenderen Naturen getroffen habe als bei den Jesuiten. Man betrachte nur den unzüchtigen Mutwillen, mit dem sie ihre Schulen, Seminarien und Kollegien verunreinigen. Man werfe nur einen Blick auf die unsauberen Betastungen, auf die gemeinen Berührungen und Handfühlungen, welche sie bei ihrem Unterricht anvertrauten Knaben im Schwange haben, und zwar Betastungen solcher Art, dass man allenthalben an deren Körpern die Zeichen und Flecke ihrer Griffe erkennt. Man höre nur auf ihre Worte und Reden, mit denen sie ihre Handbewegungen begleiten und welche sie von der Sprachweise der gemeinsten Bordellschwestern entlehnt zu haben scheinen. Man betrachte sich nur ihr zynisches Lächeln und ihre verschwommenen Augen, so wird gewiss kein Mensch mehr darüber im Zweifel sein, dass, was ich oben sagte, die vollkommenste Wahrheit ist. Übrigens nicht bloß die jüngeren Lehrer und Professoren sind die Schuldigen, sondern auch die Rektoren und Senioren selbst, zu welchen man doch die ehrwürdigsten und achtbarsten unter allen Mitgliedern ausliest. Nochmal eben das Bild verändern hier. Wird mir schlecht, wenn ich da zunahe drauf gucke. Ja, fährt der Auto fort? Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. So. Oh, Junges. Ja, fährt der Auto fort, auch sie betasten ihre Schüler und lassen sich von ihnen betasten, also, dass schon viele dieser Jünglinge, wenn sie nachher ins Noviz oder Probehaus aufgenommen wurden, sich beim Magister Novitorium aufs Heftigste über die Schande, zu der man sie gezwungen hatte, beklagt haben. All dies ist leichtlich zu beweisen und ich will wenigstens einige, wenige Beispiele anführen, obwohl mir darum alles Blut in die Wangen steigt. So wird das Jesuitenkollegium in der Stadt Limoges, das ist im Süden von Frankreich, nicht leugnen können, dass einer der Lehrer, mit Namen Saint-Villiers, an einem Sonntag einen schönen Knaben unter dem Vorwand, er wolle ihm seine Exerzitien korrigieren, auf sein Zimmer nahm und an demselben nicht nur die garstigsten Worte hinsprach, sondern auch überall mit seinen Händen an ihm herumfühlte und umgekehrt dasselbe von dem Jungen verlangte. Und dabei blieb es nicht. Vielmehr wiederholte der Professor seine Prozedur so oft, dass sie ihm zur förmlichen Gewohnheit wurde und so kam es einmal vor, dass derselbe in der öffentlichen Schulstube, während die anderen Schüler mit ihren Lektionen beschäftigt waren, den besagten Knaben zu sich in den Katheder zog, ihn dort halb entkleidete und sofort doch der Leser sträubt sich den schamlosen Gräuel die Feder sträubt sich den schamlosen Gräuel niederzuschreiben und es ist mit dem bisherigen schon zu viel gesagt. Als ein weiteres Beispiel führe ich an, was ich mit meinen eigenen Augen sah und zwar in dem Kollegium von Agen. Dort nämlich kam ich eben dazu, wie der Professor der vierten Klasse Franz Mingelufo einen adeligen Schüler aufs feurigste küßte, während er ihn zugleich zwischen seinen Knien drückte und es wäre ohne meine Dazwischenkunft sicherlich nicht dabei geblieben. Der Knabe meinte, es geschehe dies aus herzlicher, aus väterlicher Zuneigung und dachte für jetzt wenigstens noch nichts Böses. Hätte aber dessen wirklicher Vater ein gar stolzer und vornehmer Edelmann zugesehen, so würde er gleich gemerkt haben, von welcher Gattung diese Zuneigung sei und dann hätte er diesen Pater mit Hintansetzung allen Respekts vor der Sozietät Jesu ohne allen Zweifel sofort die Ohren abgeschnitten. Noch weit Ärger ging es auf den Kollegien von Bordeaux und Fontana zu und ich kann erweisen, also ich kann beweisen, dass da kein einziger Jesuit von dem bewussten Laster frei blieb. Die Herren Patres und Professoren hatten dessen auch gar keine Scheu und steuerten ihren unreinen Händen und Lippen so wenig dass die älteren Schüler notwendig das ganze schändliche Tun inne werden mussten. Darum hieß es von diesem oder jenen Der da ist des Professors so und so liebste und der die Buhlerin des Professors xx dem Rektor aber gehört der kleine R und mit dem blonden R hat der Magister Noviziorum Man darf übrigens nicht wähnen dass solche Sodomiterei bloß auf den höheren Kollegien oder Akademien getrieben werde sondern man treibt es in den kleineren Kollegien und Schulen gerade ebenso denn das besagte Laster ist bei den Jesuiten ganz allgemein und da gehen wir jetzt von der Pädasterie in die besagte Pädophilie nämlich in die Schulen da sprechen wir nämlich von Kindern die teilweise sechs Jahre oder sogar noch jünger sind als das und nicht wie in den Akademien oder in den Universitäten sprechen wir da nicht über Schüler die bereits ja schon meistens junge Männer sind oder zumindest Jünglinge sind wie eben der Artikel hier das Kapitel ja auch heißt Knabenliebe zu Jünglingen eben und Knaben noch eine kurze Sache die ich hier kurz anmerken möchte als kleiner Kommentar zu der Sache wie ihr ja wisst lese ich das Buch Cold Word Babylon in Englisch mit Brett Norman und in der letzten Zeit auch öfter mit Michael als Gast damit bei und in Cold Word Babylon haben wir über die Moral der Jesuiten gesprochen und aufgrund dessen dass wir da an dem Anfang des Buches über die Secreta Monita sprachen die Institutionen also die Konstitution der Jesuiten die Verfassung der Jesuiten die geheimen Aufträge der Jesuiten die geheimen Orden und so weiter und so weiter und darin in der Moral der Jesuiten kommt vor dass ein Doktor der römisch-katholischen Kirche ein Jesuit behauptet dass die Nichtvollendung der Sodomie wenn sie einmal angefangen ist das Abbrechen dieses Aktes eine große nicht vergebbare Sünde ist das heißt wenn man den Akt der Sodomie angefangen hat dann muss man ihn bis zum Ende durchziehen das steht in den Moralen der Jesuiten rate ich jedem an sich mal selber danach zu erkundigen oder eben seine eigenen Nachforschungen in diesem Thema oder in dieser Richtung auch mal selbst anzustellen hast du vielleicht bis hierhin irgendwo schon mal einen Kommentar oder eine Frage Michael oder hat sie die Sprache verflogen nein ich finde es schön dass wir mal ein bisschen Text schaffen dafür mache ich das nicht es geht mir darum dass die Botschaft rüber kommt aber gut fahren wir fort sagt der Autor weiter auf dieser Seite so klagten zum Beispiel in dem ganz unbedeutenden Städlein Maquer erst neulings zwei Knaben ihren Eltern wie ihnen von dem Pater Servaz Gewalt angetan worden sei und sie beschrieben den Ort die Art sowie überhaupt die näheren Umstände so genau dass an dem Faktum gar nicht gezweifelt werden konnte deswegen machten die Eltern auch sofort bei dem Rektor des Kollegiums von Bordeaux Anzeige und drangen auf Bestrafung des Sünders was geschah aber nun der Rektor des Kollegiums beauftragte den Pater Christoph Renaud die Sache zu untersuchen allein bei diesem Auftrag ließ man es auch bewenden von einer wirklichen Bestrafung wurde nie etwas vernommen Ganz dasselbe gilt von dem Pater Leonard Aleman der desselben Verbrechens überführt war wie Servos und so könnte ich noch Dutzende und Aberdutzende von Jesuiten nur aus meiner nächsten Nachbarschaft anführen wenn es nicht an dem eben erzählten über genug wäre Ende Zitat Also berichtet unser Gewehrsmann und sein Bericht wird von nur zu vielen anderen Seiten her vollkommen bestätigt So erfahren wir zum Beispiel dass der Pater Ribera Beichtvater des Kardinals Karl von Borromeo Erzbischof von Mailand darüber ertappt wurde wie er mit einem Edelknaben des Kardinals Unzucht trieb und der Papst Pius der Fünfte der Antichrist Papst Pius der Fünfte befahl deshalb anno 164 den General Leines den Ribera schnellstens von Meilern zu entfernen damit das Ärgernis ein Ende nehme So ich kann jetzt da nicht umhin um eben auf diesen Ribera einzugehen Hier handelt es sich um Francisco Ribera Wer ist Francisco Ribera Da werde ich euch gleich mal ein Bild zu zeigen Wenn ich es denn finde Hier Ribera und Bellemine dass man mal die beiden nebeneinander sieht Ja Das ist Francisco Ribera Der lebte zwischen 1537 und 1591 Ein spanischer Jesuit und Theologe Und der Heilige Robert Bellemine Der lebte zwischen 1542 und 1621 Ein italienischer Jesuit Kardinal Professor für Theologie am Romanischen Collegium Diese zwei Personen Einmal auf diesem Bild gesehen Und dann hier dieses Bild Das ihr vielleicht schon mal in meinen Videos gesehen habt In den englischsprachigen Videos Ja Dieser Francisco Ribera Und hier zeige ich mal das Werk Für das er berühmt geworden ist Ist derjenige Der die Lehre Des futuristischen Antichristen Außerhalb der römischen Kirche verbreitet hat Mit seiner Schrift Die er 1591 veröffentlichte Francisco Ribera Wille Casti Ja Sozietät Jesus IAS Das seht ihr ja auch hier stehen Dieses Schreiben ist nur Wenn überhaupt In Latein erhältlich Es gibt da keine Übersetzung von Aber es ist allgemein bekannt Bei Historikern Wo dieses Schreiben drum geht Und dieses Schreiben Sorgt dafür Dass die Lehre Eines zukünftigen Antichristen In die Welt getragen wird Seht Als die Reformation Seinen Lauf genommen hat Und Martin Luther Halten konnte und lesen konnte Deutlich Dass das Papsttum Der biblische historische Und prophetische Antichristus Und die Jesuiten wurden ja zu dem Grund Dass das Scheinwerferlicht Von dem Papsttum Und die Lehre Da musste eine andere Lehre Vertreten werden Und diese andere Lehre Vertritt einerseits Franzisco Ribeiro Den wir hier Und sein Werk Im Bild sehen Das ist die Lehre Eines zukünftigen Antichristen Das ist die Leugnung Der vollendeten 70. Jahrwoche Aus der Prophetie Von Daniel Kapitel 9 Verse 4 bis 27 Wo es auf Eine siebenjährige Trübsal hindeutet Zum Ende der Zeit Und einen Antichristen Der aus dem Reich Der Juden kommt Und der dann Einen siebenjährigen Friedensvertrag schließt Und so weiter Und so weiter Ihr kennt die ganze Falschlehre Ja hoffe ich Gehe ich mal von aus Ihr kennt ja Die Falschlehre Meistens besser Als die Wahrheit Und darauf basierte Der Francisco Ribeiro Die zukünftige Antichristenversion Also mit anderen Worten Wir müssen uns Keine Sorgen machen Wer der Antichrist ist Da haben wir überhaupt Nichts mit zu tun Das ist in ganz weiter Zukunft Erst ein paar Jahre Bevor Jesus Christus Wiederkommt Und ach ja Nebenbei Das betrifft uns Sowieso nicht Weil wir Die wahre Kirche Jesus Christus Wir werden vorher ja Entrückt Da kommt ja dann noch Diese Entrückungslehre dazu Das war die Lehre Von Francisco Ribeiro Dann gab es noch Die Lehre von Alcazar Louis de Alcazar Ich weiß nicht Ob ihr den kennt Ich kann aber eben schauen Ob ich hier von Alcazar Habe ich glaube ich auch ein Bild Und Alcazar Hat die Lehre Des Hier ist das Hat die Lehre Des Präterismus In die Welt vertreten Nach dem Motto Der Antichrist Ist schon lange In der Vergangenheit Das war zur Zeit Der Cäsaren Der Antichrist War Caligula Oder war Nero Oder war sonst Einer der römischen Der römischen Kaiser Und das ist also Spätestens 470 Bei dem Fall Roms Zu der Zeit War das Das Regententum Des Antichristen Bereits vorbei Auch dieser Ludovico de Alcazar Ein spanischer Ein spanischer Jesuit Der diese Lehre Nämlich das Papsttum Aber diese Lehren Werden ja halt in die Welt Gesetzt Um da Das Spotlight Also das Scheinwerferlicht Von dem Papsttum Weg zu nehmen Und das ist mir Und das ist mir eben mal Ganz wichtig Das zu erwähnen Weil so wie ich das hier Verstehe Ich habe das Buch Ja auch noch nicht gelesen Aber so viele Hochgestellte Pater Riberas Gibt es nicht Als dass das ein Zwischen Anführungszeichen Zufall sein könnte Dass es sich hier 1564 Nicht um den handelt Der war ja 1537 Geboren Wie wir gelesen hatten Der dann in 1591 Dieses Schreiben Verfasst hatte Übrigens Er ist nach Der Verfassung Dieses Buches Über den zukünftigen Antichristen 1591 Gestorben Also das Werk Hat er verfasst Zwischen 1585 Und 1590 Und ist dann 1591 Verstorben Ein Schelm Wer Böses dabei denkt So Dann bin ich ein Schelm Ich habe nämlich Eben was dabei gedacht Ah Was hast du denn Dabei gedacht Michael Dass es keine Zufälle gibt Natürlich Deswegen habe ich auch gesagt Zwischen Anführungszeichen Glauben Ja ja Genau Nein nein Es gibt keine Zufälle Aber Ich meine Ich meine Ich habe ja schon viele Mich mit vielen Namen Im Jesuitenorden Und bei den Katholiken Und so was Mit beschäftigt Und ich glaube nicht An einen Zwischen Anführungszeichen Zufall Dass hier im 16. Jahrhundert Das einen anderen Hochgestellten Ribera gibt Als den Von dem ich gerade Mit Futurismus gesprochen habe Als den Den wir eben auch Hier jetzt In diesem In diesem Büchlein Hier jetzt lesen Der hier also Da die Mit der Pädasterie Hier in Zusammenhang Gebracht wird So dann Lese ich jetzt Mal weiter Oder hast du noch Eine Bemerkung Michael Nein Okay So finde ich weiter Es erwies sich endlich Der in Mainz Funktionierende Pater Maximilian Gill Als ein solch Niedriger Knabenschänder Dass der Kurfürst Friedrich Karl Josef Freiherr von Ertal Auf die Klage der Eltern Jener Knaben Eine Untersuchung Über den Gräuel Anstellen Dies Welche Die Wahrheit Der Bezüchtigung Vollkommen Bestätigte Auch Gestand Später Der Elende Seine Schandtaten Wort Für Wort Ein Und Der Kurfürst Verurteilte ihn daher Zu Lebenslänglicher Haft Auf der Festung Königstein Bei Frankfurt Denn Mehr Wollte Er Nicht Tun Um Seinen Geistlichen Stand So Wie Die Sozietät Jesu Zu Schonen Wenn Nun Aber Schon Die Wenigen Hier Angeführten Beispiele Deutlich Genug Sprechen Welch Ein Ungeheurer Schauder Müsste Uns Erst Ergreifen Wenn Auch Jene Unermessliche Menge Von Schandtaten Welche Der Orden Nie Ans Tageslicht Komm Lies Offenkundig Gemacht Würde Dem Orden Musste Ja Unendlich Viel Daran Liegen Seinen Guten Ruf Gegen Außen Zu Wahren Und Somit Scheute Er Kein Mittel Um Die Welt In Ertäuschung Zuerhalten Ja Selbst Wenn Einer Aus Seiner Mitte Vollständig Überführt Wurde So Hütete Man Sich Doch Denselben Öffentlich Zu Strafen Nur Damit Man Der Leichtgläubigen Menge Das Märchen Auftischen Konnte Die ganze Geschichte Sei Von Den Feinden Der Sozietät Erfunden So Begnügte Man Sich Zum Beispiel Damit Den Pater Adam Herrler Zu Konstanz Nachdem derselbe Notorischerweise Es mit Nicht Weniger Als Sieben Knaben Zu Tun Gehabt hatte Anno 1657 In Ein Anderes Kollegium Zu Versetzen Wo Er Seine Lastertaten Fortsetzte So Erhielt Vier Jahre Später Der Pater Ignatius Manol Man 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 In Luzern Wegen Deselben Vergehens Vom Rektor Nur Eine Leichte Strafpredigt Während Die Knaben Die Er Gebraucht Als Lügner Öffentlich Ausgepeitscht Wurden So Musste Der Pater Viktor Wagner Wegen Des Furchtbaren Ärgernisses Das Er Gegeben Aller 1576 Allerdings Seinen Lehrstuhl Am Kollegium Zu München Aufgeben Um Einen Anderen In Der Eben Genannten Stadt Luzern Einzunehmen Allein Als Er Hier In Den Nächsten Zwei Jahren Neun Knaben Öffentlich Auf Dem Katheder Angesichts Der Übrigen Schüler Förmlich Schändete Und Noch Dazu Die Lehre Aufstellte So Zu Tun Sei Weder Schmach Noch Sünde Bestand Seine ganze Strafe Darin Dass Ihm Anbefohlen Wurde Ein Silizium Zu Tragen So Wurde Selbst Der Pater Jakob Marell Derselbe Dessen Abscheuliche Schandtaten Wie Vorhin Wie Ich Vorhin Schon Sagte Durch Den Ritter Von Lang Ans Tageslicht Gezogen Wurden Trotz Des Fortgesetzten Grässlichen Frevels Den Er Begangen Nur Zum Schein Nun Der Welt Genüge Zu Tun Anno 1698 Aus Dem Orden Gestossen Denn Derselbe War 27 Jahre Später Anno 1725 Faktisch Noch Mitglied Derselben Gesellschaft Und Wart Von Seinen Brüdern Behandelt Als Hätte Er Nie Ein Wässerchen Getrübt Der Klare Beweis Hierfür Ist Nachzulesen In Hormachers Taschenbuch Für die Vaterländische Geschichte Von 1834 Seite 219 Und Folgende Dokumentiert Der Autor Seinen Brunnen Hier In einer Fußnote Liegt Es Also Nicht Klar Am Tage Dass Die Jesuiten Das Laster Der Knabendiebe Für Gar Kein Laster Erklärten Sondern Nur Für Eine Kleine Sinnliche Lust Die Gar Verzeihlicher Natur Sei Und Wegen Der Man Nicht Nötig Habe So Viele Worte Zu Machen Und Solchen Menschen War Die Erziehung Der Jugend In Fast Ganz Europa Anvertraut Und Solchen Menschen Ist Die Erziehung Der Jugend In Heute Fast Der Ganzen Welt Anvertraut Und Damit Schließen Wir Das Kapitel Und Gehen Über In Das Nächste Dritte Kapitel In Diesem Abschließenden Dritten Buch Des Ersten Bandes Von Theodor Griesinger In Dem Es Heißt Die Geistlichen Exerzitien Oder Die Raffiniertheit Im Genuss Im ersten Kapitel Dieses Buches Behandelte Ich Die Gewöhnlichen Fleisches Sünden Der Jesuiten Die Verzeihlichsten Von Allen Weil Sie Aus Der Schwachheit Der Menschlichen Natur Entspringen Das zweite Kapitel Besprach Die Unnatürlichen Sünden Derselben Die Niederträchtigsten Die Es In der Welt Gibt Weil Sie Eine Schändung Sind Des Ebenbildes Gottes Im Dritten Kapitel Endlich Komme Ich Auf Die Raffinierten Sünden Der Jesuiten Zu Reden Das Ist Auf Die jenigen Welche Auf Religiösen Betrug Fußend Mit dem Himmel Beginnen Und Mit der Hölle Endigen Selbst Peinigung wurde schon in sehr alten Zeiten und von den verschiedensten Glaubenssystemen als ein religiöses Verdienst betrachtet Und schon früher gab es auch unter den Christen solche die sich den Himmel dadurch zu erwerben wähnten dass sie sich in Höhlen oder auf Säulen mit Ketten und Panzern abquälten Später kam im christlichen Abendlande noch die freiwillige Geißelung verbunden mit Fasten Beten Wallfahrten und was dergleichen mehr ist hinzu und 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 Je blutiger sich einer oder eine den Körper mit Ruten und Riemen zerfleischte umso hellere Freuden Tränen weinten so lehrten die Priester die Engel und Erzengel Auch Ignatius von Loyola bekannte sich wie wir aus dem ersten Buch ersehen haben zu diesem Glauben und setzte sich sowohl beim Beginn seiner religiösen Laufbahn als auch später mit Fasten Geißeln und anderen Asketesis oft so sehr zu dass er mehrere Male den Tod nahe kam Damit aber dieses christliche Werk der Selbstpeinigung in seinem Orden recht heimisch werde schrieb er wie ich ebenfalls bereits darüber erzählte sein berühmtes Buch von den geistlichen Exerzitien und ordnete an dass diese Exerzitien oder Übungen die Grundlage der Erziehung bei allen seinen Schülern bilden müssen Um ein werter Streiter Christi werden zu können so lehrte Ignatius muss man die Glieder seines Leibes auf das härteste züchtigen denn darin liegt das Geheimnis der Aufsicht Nehmung des Kreuzes und wenn Jesus Christus in seiner unermesslichen Liebe sich für die Menschheit kreuzigen ließ so dürfen die Soldaten seiner Armee nicht zögern sich ebenfalls zu Opfer zu machen zu Übrigens nicht bloß wir die Streiter Christi haben diese Züchtigen nötig sondern jeder der sich eine Stufe im Himmel erwerben will denn mit dem Dolche der Leiden nur tötet man das Laster und bändigt die tierischen Triebe mit dem Dolche der Leiden nur zähmt man den irdischen Menschen und zwingt ihn zum Wandeln auf dem Pfade der Gnade und Tugend bis zur Vollkommenheit es war also natürlich neben vielen anderen mystischen und schwärmerischen eine völlige Askese welche in den geistlichen Exerzitien gelehrt wurde und die Geißelung spielte eine Hauptrolle dahin doch wurde nebenbei auch noch ein großes Gewicht auf recht viele tägliche Gebete und geistliche Gespräche auf tägliche Beichten und Kommunionen sowie auf das verschieden sowie auf verschiedenes Fasten Wallfahren Knien und andere ähnliche Dinge gelegt unter den genannten Umständen wird man es nur natürlich finden dass die Jesuiten es niemals unterließen mit ihren Beichtkindern die geistlichen Übungen recht oft und recht gründlich durchzumachen und insbesondere drangen sie auf die Applizierung der Geißel also auf die Benutzung der Geißel als der besten Züchtigung des sündigen Leibes dagegen muteten sie auf die menschliche Schwachheit Rücksicht nehmen niemandem zu sich selbst zu geißeln sondern sie übernahmen dieses Geschäft recht gern in eigener Person und übten es dazu hin sehr sanft nur mit Ruten oder Riemen oder auch mit den bloßen Händen nie aber mit den eigentlichen Geißeln oder gar vollends mit Geißeln an denen Stacheln befestigt waren solches Geißeln oder mit Ruten streichen hieß man dann die Disziplin das ist der Geißelnde war der Disziplin Geber und der Geißelte war der Disziplin Empfänger auch gab es eine doppelte Disziplin nämlich eine Disziplina Sursum oder Secundum Supra und eine Disziplina Deorsum oder Secundum Sub was auf Deutsch nichts anderes besagen will als dass man die Schläge entweder nach oben auf Brust Schultern und Rücken oder nach unten auf Lenden Hüften und Schenkeln applizierte letztere Disziplin hieß man auch die Spanische weil sie in Spanien sehr beliebt war und durch die spanischen Jesuiten besonders in Brauch kam allein man hätte sie noch man hätte sie mit noch mehr Recht die Weibliche nennen dürfen in dem fast nur Weiber auf solche Weise diszipliniert wurden die Jesuiten erklärten nämlich dass die schwache Natur der Frauen und Jungfrauen durch die Disziplin nach oben allzu sehr angegriffen würde während die unteren Körperteile die ihnen zugedachte Züchtigung weit besser auszuhalten vermöchten und daher setzen sie mit äußersten Ernsten hinzu daher komme es dass sie ihren weiblichen Beichtkindern stets außer wenn diese beharrlich remonstrierten die Disziplina die Orsum geben andere Menschenkinder jedoch waren der Ansicht dass die Söhne Riolas hierbei noch von ganz anderen Beweggründen geleitet worden seien und welcher artig diese Beweggründe waren kann sich der Leser selbst denken wenn ich ihm sage dass die Teile des Körpers welche diszipliniert wurden vorher vollständig entblößt wurden und nackt da liegen mussten man wiederhole sich's in Gedanken Lenden Hüften und Beine mit einem Wort also der ganze Unterleib musste bei der Disziplina Deosum dem Auge des Disziplinares bloßgelegt werden hätte ich nun nötig auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren mit welcher Begierde der lüsterne Blick der Herren Beichtiger auf diesen sonst von der weiblichen Schamhaftigkeit strengstens verhüllten Reizen geruht haben werde wir sehen hier wie die Jesuiten Sadomie und Masochismus ausführen denke ich auch weil sie haben ja ganz deutlich sexuelle Reize empfunden bei dieser Sache aber die Weiber so sagt nun ohne Zweifel der Leser mit großer Neugierde gaben sich in der Tat die Weiber zu solcher Disziplin her wie ich sie eben geschildert habe ja erwidere ich und zwar nicht bloß jene Weiber welche sich nicht gerade des besten Rufes der Ehrbarkeit erfreuten sondern auch vornehme im großen Ansehen stehende an edle Männer verheiratete Damen und nicht minder sehr schamhafte und bestens erzogene Jungfrauen an deren Namen auch nicht auch nicht der geringste Makel haftete über dem waren es keineswegs einzelne wenige Mädchen und Frauen welche man als Ausnahmen von der Regel hätte betrachten können vielmehr kamen sie scharenweise um sich der jesuitischen Disziplin in die Arme zu werfen und der Anlockungspunkt lag eben in jener fanatischen Religionsübung welche ihren Ausdruck in den geistlichen Exerzitien fand die Jesuiten gründeten daher damit sie dem allgemeinen Andrang genügen könnten sogenannte Assimilien oder Kongregationen auch Sodalitäten und Reträten genannt die jesuitischen Reträten die gibt es heute noch über die ganze Welt und Bruder Brett lebt in Amerika in der Nähe wo ein solches ist da in Minnesota das ist auf gut deutsch Brüder und Schwesterschaften deren Mitglieder wenn nicht täglich so doch wenigstens wöchentlich zusammen kamen teils um öffentliche Prozessionen bei denen man in den elendsten Gewändern oft halbnackt und barfuß durch die Straßen zog und sich blutig geißeln ließ zu veranstalten teils um in den Kirchen oder in großen Sälen gemeinschaftlich zu beten zu singen zu beichten zu kommunizieren und sonstige Buchsübungen zu treiben das war aber dann immer ein Spektakel das auf religiös gestimmte Menschen den aller außerordentlichsten Eindruck machen musste und da die Sünder Jolos so klug waren die Mutter Gottes zur Patronessin dieser Sodalitäten zu machen und eine Masse Weihrauch dabei verschwendeten so mehrte sich der Zulauf immer mehr so lesen wir zum Beispiel vom Jahre 1552 dass einige Väter der Gesellschaft Jesu in der Stadt Löwen in Holland also das ist jetzt hier in Belgien wo ich wohne einen kleinen Verein von etwa zehn Frauen stifteten um den geistlichen Exerzitien abzuliegen da aber dieser Verein in Jahresfrist zu vier Kongregationen von zusammenfasst tausend Mitgliederinnen anwuchs auch bestand die eine dieser Kongregationen aus lauter adeligen und höher gestellten Damen zum Unterschied von den drei anderen in denen das gewerbliche und bürgerliche Element die Hauptrolle spielte allein gerade die adelige Sodalität war die eifrigste in den Bußübungen und seine einzige Teilnehmerin und keine einzige Teilnehmerin unterließ es sich jede Woche vom Beichtiger die spanische Disziplin auf den entblößten Unterleib geben zu lassen dieses allem anstand hohensprechende Gebaren dass man kaum fahrenden dass man kaum fahrenden Jungfrauen nimmermehr aber edlen gesitteten Frauen hätte zutrauen sollen erregte unter der Männerwelt das größte Ärgernis und auf ihren Antrieb vereinigte sich sofort die gesamte Geistlichkeit mit den Universitätsprofessoren um dem Skandal ein Ende zu machen die Kongregationen wurden also von Obrigkeitswegen verboten und auf die Ausübung der geistlichen Exerzitien eine Strafe gesetzt allein die Damen fanden so viel wollüstiges Vergnügen darin ihre Reize vor den ehrwürdigen Herren Jesuiten Patribus zu entblößen und sich von ihnen die Route geben zu lassen dass sie ihre Seelsorge ersuchten trotz allem Verbot mit der Zucht fortzufahren und schließlich brachten sie sogar so weit dass der Magistrat sein Verbot zurücknahm man weiß ja wie viel der Einfluss der Weiber vermag ganz ebenso wie in Löwen trieben es die Jesuiten auch in der Stadt Brügge und die drei Patris Johannes Ackerbom Peter Wils und Adrian von Wolf wussten dort gar Wundersames zu leisten am allertollsten aber gebärdete sich der ehrwürdige Pater Gersen denn dieser überfiel die Bauernmädchen auf dem Lande bei der Arbeit hob ihnen die Röcke auf und geißelte sie so lange bis er den Arm nicht mehr rühren konnte wie es scheint war er vom Geißelungswahnsinn befallen doch verbunden und dieselben auch oftmals erreicht in Portugal besonders in der Hauptstadt Lissabon entstanden unter der Regierung des Königs Alfons ebenfalls verschiedene teils männliche teils weibliche Kongregationen und der Pater Runos war der Oberleiter derselben insbesondere jedoch erfreuten sich auch hier die weiblichen Solidaritäten eines ganz außerordentlichen Zulaufs und die Exerzitien derselben bestanden wie in Löwen aus Fasten Beichten Beten und was die Hauptsache ist der spanischen Disziplin nach Runots wurde der Pater Malagrida der Held des Tages in asketischen Übungen und er führte eine eigene büßende Schwesterschaft unter dem Hofdamen ein alle wollten nur von ihm gegeißelt werden denn er verstand es wie es scheint die Route mit besonderer Virtuosität zu hand haben und sie empfanden wie sie selbst versicherten einen weit wollestigeren Kitzel dabei wenn er ihnen die Disziplin gab als wenn sie diese von einem anderen Pater erhielten auch in Spanien machten die geistlichen Exerzitien am Anfang reißende Fortschritte und alle Welt die weibliche natürlich voran eilte sich in eine der vielen Soliditäten zur Aufnahme zu melden die Bischöfe jedoch an deren Spitze sich der Erzbischof von Toledo Don Martinez Siliceo stellte nahmen großen Anstoß an der Sache und verlangten in einer Synode zu Salamanca dass der Ignatia Exerzitienbuch gründlich untersucht werde dass das Ignatia Exerzitienbuch gründlich untersucht werde ehe man die Fortsetzung dieser Übungen gestatte Soweit kam es nun dank den großen Einfluss welchen der Pater Araus auf den König Philipp den Zweiten hatte allerdings nicht allein als sofort die Obszönitäten der spanischen Disziplin unverblümt an den Tag traten mischte sich die Inquisition da rein und verbot im Jahre 1570 für die Zukunft jede Entblößung sowie überhaupt die Anwendung von Ruten oder gar der Hand bei der Erteilung der Disziplin auf dieses Verbot antworteten die Jesuiten von Murcia Toledo Sevilla Saragosa und anderen Städten in denen sie Kollegien oder sonstige Häuser hatten mit großartigen Prozessionen an welchen sich die schönsten Frauen in äußerst großer Zahl beteiligten und zwar sämtlich barfuß mit nackten Schultern und Beinen sowie überhaupt in einem solch paradiesesen Zustande dass alle ehrbaren und bei Vernunft gebliebenen Matronen mit Fingern auf sie wiesen über über dem war die umzüge von Zeit zu Zeit stille gehalten und dann entblößten sich die Damen noch mehr um die Geißel in Anwendung bringen lassen zu können kurz die Unanständigkeit erreichte den höchsten Grad und die Jesuiten legten es also offenbar darauf an die Inquisition zum Äußersten zu reizen Es sollte sich jetzt zeigen wer mehr gelte sie oder die Dominikaner und offenbar hofften die Söhne Loyolas wegen des außerordentlichen Einflusses den sie auf den König Philipp den Zweiten ausübten schließlich den Sieg davon zu tragen Doch siehe da es zeigte sich schon nach kurzem dass die furchtbare Gewalt der Inquisition keineswegs über Nacht gebrochen werden könne sondern dass sie im Gegenteil allzu eingewurzelt in Spanien sei um irgendeinen Feind fürchten zu müssen und somit fanden es nun die Söhne Loyolas um nicht am Ende noch mehr zu verlieren für besser sofort einzulenken respektive nachzugeben Sie verzichteten also von nun an sowohl auf die öffentlichen Geißelungsprozessionen als auch überhaupt auf die öffentliche Ausübung der geistlichen Exerzitien dagegen aber empfingen sie die Damen in ihren Kirchen um ihnen die Kommunion zu erteilen und des Nachts öffneten sie ihnen heimlich ihre Kolleginnen damit der Trost der spanischen Disziplin doch nicht fehlte Der ganze Unterschied bestand also darin dass jetzt das was sonst öffentlich vorgenommen worden war ganz im Stillen und insgeheim ausgeübt wurde und das weil das Einschleichen in die Jesuitischen Kolleginnen zur Mitternachtsstunde denn doch für manches ledige unter guter Aufsicht stehende Fräulein sowie noch mehr für verheiratete Weiber mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war die Zahl der Disziplinarempfängerinnen sich in etwas verringerte Trotzdem Trotzdem aber kamen immer mehr noch viele wie die Jesuiten mit großem Stolze selbst bestätigen und es mehrte sich also der Zeit wegen in welcher diszipliniert wurde der Skandal dass er sich verringert hätte statt dass er sich verringert hätte Wir gehen kurz in eine Fußnote aber da gibt der Autor nur an wo die Quelle für seine Aussage ist dass die Jesuiten mit großem Stolze eben denselbigen bestätigten Wir fahren fort und lesen Am tollsten trieben die Jesuiten mit den Geißelungsprozessionen eine Zeit lang in Frankreich besonders in jener Periode in welcher Katharina von Medici das Regiment führte denn sie selbst stellte sich einmal in Avignon an die Spitze einer Damensodalität und man weiß ferner von ihr dass sie ihre jüngeren Hofdamen mit eigener Hand zu disziplinieren pflegte Auch ihr Sohn Heinrich der Dritte war ein großer Freund der Geißelungsprozession und erschien dabei fast regelmäßig in höchst eigener Person mit Rosenkranz Wachskerze Kruzifix Rute und Gebetbuch Ein solch hohes Beispiel steckte natürlich an und so wurde es den Jesuiten leicht in allen größeren Städten in welchen sie Niederlassungen besaßen Kongregationen und Sodalitäten zu bilden Insbesondere zeichneten sich das schon genannte Avignon sowie Lyon und Toulouse durch großen Eifer aus Am allereifrigsten aber benahm sich Paris selbst Da sah man fast tagtäglich Weiber und Mädchen in bloßen Hemden mit Geißeln in der Stadt herumlaufen und selbst die höchst gestelltesten Damen wie die Herzoginnen von Guise von Mercure von Omal von Elbeuf und andere produzierten sich der Bevölkerung halbnackt um den übrigen Pariserinnen in der Bußfertigkeit voranzuleuchten Umgekehrt zeigte sich auch der Spott und die Satire nirgends bitterer als gerade in Paris und es regnete förmlich von Pasquilen in welchen die jesuitischen Exerzitien an den Pranger gestellt wurden Darum gaben die Söhne Loyolas ihren Beichtkindern besonders denen vom Stande sehr bald die Erlaubnis sich bei Ausübung der geistlichen Exerzitien das Gesicht zu verhöhlen und man sah daher bei den späteren Prozessionen fast lauter Masken allein die Zuschauer deren sich oft wenn eine Exerzitien Prozession sich durch die Straßen bewegte an die 100.000 aufstellten errieten die anwesenden Persönlichkeiten doch nicht selten und es fielen dann solch schlagende und derbe Witze dass die büßenden sich lieber weit weg gewünscht hätten hierauf stellte sich natürlich eine bedeutende Abkühlung ein und als dann vollends unter König Heinrich dem vierten von den Pariser Parlamente die Selbstpeinigung oder Geißelung vor allem die spanische Disziplin mitsamt den damit verbundenen Übungen wegen ihrer Obszönität bei strengster Pön verboten wurde da setzte man jener fanatischen Andächterei immer engere Grenzen und sie verschwand endlich ganz aus der Öffentlichkeit wohl verstanden übrigens nur aus der Öffentlichkeit denn insgeheim in den vier Wänden dauerten jene wollistig mystischen Religionsübungen fort und besonders im Süden hätten die vornehmeren Französinnen lieber alles entbehrt als jenen Kitzel der Rute an den geheimsten Teilen ihres Körpers eine kleine Bemerkung von mir über den hier erwähnten Heinrich den Vierten König Heinrich den Vierten der hier im 16. Jahrhundert ja regiert hatte in Frankreich dieser König Heinrich der Vierte ist derjenige der das Edikt von Nantes damals initiiert hatte das Edikt von Nantes hat den Protestanten in Frankreich den Huguenotten hauptsächlich die im Süden Frankreichs lebten Religionsfreiheit zugesichert und damit einen Schutz damit hat er einen Schutz ausgesprochen der Protestanten vor der Inquisition in Frankreich und vor der römisch-katholischen Verfolgung das ist passiert im Nachlauf des St. Bartholomeus Massakers das stattgefunden hat am 15. August 1572 König Heinrich IV hat das ich glaube in den 80er oder 90er Jahren des 16. Jahrhunderts erlassen das Edikt von Nantes und der berühmte Sonnenkönig Louis XIV hat es widerrufen am Ende des 17. Jahrhundert 1685 aufgrund der Einwirkung seines jesuitischen Beichtvaters Per Lachaise da hatte ich ja schon öfter darüber gesprochen aber deswegen lesen wir hier dass eben unter König Heinrich IV diese Selbstpeinigung diese Geißelung diese Prozessionen die öffentlich stattgefunden haben abgeschafft wurden weil der König Heinrich IV der war mehr protestantisch gesendt als katholisch das müsste man eben hierbei verstehen nun der Auto fährt fort schließlich sollte ich noch darauf zu sprechen kommen welche Aufnahme das Buch von den geistlichen Exerzitien in Deutschland fand und die Chronik Skandalös von Bayern und der Schweiz berichtet darüber so vieles dass ich imstande wäre mehr als ein Kapitel damit zu füllen auch die Bayerinnen und Schweizerinnen fanden wie es scheint einen außerordentlichen Geschmack daran sich von den Jesuiten auf spanische Weise disziplinieren zu lassen und nur das ungeheure Zutrauen welches Ehemänner und Väter in die deutsche Frömmigkeit in die Keusche Entschuldigung nicht Deutsche welches Ehemänner und Väter in die Keusche Frömmigkeit der Söhne Loyolas dort zu setzen pflegten machte es begreiflich dass dergleichen Exerzizien nicht den Frieden der Familien total zerstörten doch kam es da und dort vor dass ein Pater die Treppe hinabgeworfen oder auf sonstige unzarte Weise aus dem Haus hinaus expediert wurde und und über dem machte sich der Volkswitz in manchen Schelmen Liedlein auf eine Weise über die ehrwürdigen Herren her dass diese nicht im geringsten darüber im Zweifel sein konnten was man von ihrer geheimen Disziplin halte legt doch sogar eines dieser Liedlein einem Sohne Loyolas folgende Worte in den Mund komme hinter ihr geschlichen mit dem Monseigneur Birkenstrauß rasch das Häuslein abgestrichen wert auch was da woll daraus das habe ich jetzt ein bisschen geschlachtet ich lese auch zum ersten Mal komme hinter ihr geschlichen mit dem Monseigneur Birkenstrauß rasch das Mäuslein abgestrichen wert danach was voll daraus also diese Zweideutigkeit muss ich ja wohl nicht mehr erklären braucht es da noch eines weiteren Beweises auf welche Weise die geistlichen Exerzitien in unserem Vaterlande soweit es den Jesuiten zugänglich war in Anwendung gebracht wurden das das ist eine gute Frage und wir werden mal sehen wie weit geht das Kapitel hier noch noch ein paar Seiten da werden wir hier da werden wir hier die Lesung für heute beenden und werden dann die Frage die er hier stellt nächstes Mal beantworten in der Zwischenzeit werde ich dann eben Michael nochmal ein wenig kommentieren lassen der sich ja die ganze Zeit so brav zurückgehalten hat ja ich habe mir so ein paar Notizen gemacht würde gerne noch einen Satz weiterlesen weil ich ihn sehr interessant finde weil der Herr Griesinger spricht jetzt nach diesem kleinen Gedicht dann spricht ja oder schreibt ja besser gesagt braucht es da noch weiteren Beweises auf welche Weise die geistlichen Exerzitien in unserem Vaterlande soweit es den Jesuiten zugänglich war in Anwendung gebracht wurden es ist ja wie so oft in der römisch-katholischen Kirche und ihren Ablegern ja so dass es eigentlich immer das völlige Gegenteil ist wir reden ja hier eigentlich nicht von geistlichen Exerzitien sondern von dominant körperlichen Exerzitien und in dem Zusammenhang wenn man jetzt den ersten Teil unserer oder deiner Lesung jetzt heute verfolgt mit der Liebe zu Knaben und Jünglingen da fällt mir halt die Sache halt immer so ein dass in der früheren Zeit der Pastor halt diese absolute Vertrauensperson war diese Person die nicht kritisiert werden durfte man spricht ja heute noch von Ärzten als Halbgötter in weiß und anscheinend Pastoren können ich jetzt gleichsetzen mit den Göttern in schwarz denn die laufen ja meistens mit einer schwarzen oder mit einer dunklen robe rum und ich habe für mich die Überzeugung gewonnen dass ganz 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 hohe Dunkelziffern da herrschen mussten denn über was der Griesinger jetzt schreibt ist sicherlich nur die Spitze des absoluten Eisberges die wir da jetzt hören denn sicherlich war im Mittelalter oder halt auch im 17. 18. Jahrhundert noch die Person des Priesters des Pastors des Geistlichen Oberhaupt der Gemeinde sozusagen eine absolut vertrauenswürdige und nicht zu kritisierende Institution und daher kann ich mir gut vorstellen nach dem was ich lese und wenn ich mir meine eigenen Gedanken dazu mache dass die Dunkelziffer extrem ist das heißt viele Leute werden da halt auch Kinder empfangen haben die sie halt als Kuckuckskinder weitergereicht haben und solche ganzen Dinge die wir hier teilweise schon geschildert bekommen haben aber ich denke dass die Dunkelziffer extrem hoch war darf ich da kurz was einwerfen ja ich stimme im Grunde allem hier sprechen wir von diesen ganzen öffentlichen Prozessionen und hier sprechen wir darüber wie diese Geißelung nach draußen gebracht wurde mit Wallfahrten und alles drum und dran aber dass die Leute überhaupt dazu bereit waren zum Beispiel die Frauen diese spanische Disziplin über sich ergehen zu lassen und sowas dafür bedurfte es vorher der geistigen Übung Tom Fress nennt diese Gehirngymnastik finde ich ein sehr schönes Wort er spricht von Brain Gymnastics oder Mental Gymnastics von diesen mentalen Übungen von diesen geistigen Übungen der Jesuiten der Ignatius von Loyola hat ja dieses Buch über die geistigen Übungen nicht für nichts geschrieben und der Grund dass er das geschrieben hat heißt dass diese geistigen Übungen die stehen an der Basis der Ausbildung erstmal um jemanden überhaupt in seine Macht bekommen zu können und wenn ich denjenigen dann in meiner Macht habe ja dann ist er mehr oder weniger Perende Akkadaver da hat er diesen Kadaver geholt sondern tut er was ich will die 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 das die die auf diese Art und Weise erregt wurden und mit denen ja sexuelle Spiele gemacht wurden alles drum und dran die wurden auch durch die geistigen Übungen dahin gebracht um das überhaupt erst zu akzeptieren weil lass uns doch mal ehrlich sein wenn stelle ich mal versuche dich mal in die Lage zu versetzen einer im 16. Jahrhundert vornehmen Jungfrau sage ich jetzt mal eben die ihr ganzes Leben keusch und ordentlich und vielleicht sogar ziemlich gottesdienerisch erzogen worden wäre die würde doch einem Priester so etwas gar nicht zulassen außer der Priester verdreht ihr vorher erst mal das Gehirn das sind halt diese geistigen Übungen die an der ersten Stelle stehen und danach kommen diese Dinge die wir hier in dem Buch besprochen haben ja ich verstehe den Standpunkt aber ich hätte noch einen zweiten denn guck mal die Isuiten oder überhaupt die Priester der römisch-katholischen Kirche sind ja zu Kolschheit aufgerufen und im Mittelalter da hatten wir ja eben nicht diese sexuelle Befreiung sondern da waren die Menschen ja auch noch da angehalten zumindest die Damen angehalten recht prüde zu sein also als viktorianisches Zeitalter zum Beispiel und da jetzt lange Gewänder und so weiter nach außen hin und jetzt haben die endlich mal die Möglichkeit ihre Keuschheit abzulegen und sozusagen in Anführungsstrichen noch etwas Gutes zu tun deswegen ist das für mich halt einfach diese totale Umkehr der Prüderie des Mittelalters das heißt da haben die für sich hinweg von den Jesuiten eine Legitimation bekommen ja so richtig zu deutsch die Sau raus zu lassen und das immer da haben sich dann zwei gefunden auf der einen Seite die Leute die nach außen also beide Seiten gefunden beide Seiten die nach außen eigentlich völlig keusch sein mussten durften dann so richtig loslegen wir hatten ja in den gesprochen dass es nicht nur um Jesuiten geht sondern um die römisch katholische Kirche im Allgemeinen und jetzt habe ich meinen Draht verloren ja das kann mal passieren auf jeden Fall ist es ganz wichtig sich die Videos anzuschauen und in dem Licht diese ganze Sache die wir hier gelesen und besprochen haben zu verstehen stehen ja in diesem Buch auch einige Dinge drin die nicht direkt Sinn machen wenn man jetzt mal ein bisschen drüber nachdenkt wir wissen aus der Lesung von Herrscher des Bösen dass die Jesuiten 1542 die Inquisition von den Dominikanern übernommen hatten lesen aber hier dass in Spanien die Dominikaner die Oberhand hatten und die Jesuiten in ihre Schranken verwiesen hatten ja das kommt weil sie die Inquisition mehr oder weniger in Europa übernommen haben aber nicht überall die Spanische Inquisition war immer eine Extra Inquisition das ist auch etwas das muss man auch erst mal verstehen also wenn der Griesinger hier spricht dass die spanische Inquisition die Jesuiten hier aus verschiedenen Kollegien und sowas rausgeschmissen hat und ein bisschen prüder aufgetreten war und die Inquisition im Grunde dafür gesorgt hat um die Jesuiten in die Schranken zu verweisen ist das nur möglich weil in Spanien die Jesuiten die Inquisition eben nicht übernommen hatten da blieb die spanische Inquisition in Händen der Dominikaner aber in dem Rest von Europa war sie unter der Macht der Jesuiten seit 1542 wie wir bereits in Herrscher des Bösen gelesen hatten also diese Geißelungsprozessionen mit der Verkleidung und sogar Masken tragen erinnert mich doch sehr an Karneval und der versuchten Austreibung der bösen Geister ja und denk mal an den Film von Stanley Kubrick Eyes White Shut das bezieht sich ja auch zum großen Teil wohl auf das ging ja um Freimaurerei ja genau diese Treffen die auch wohl tatsächlich stattgefunden haben Anfang der 70er das sind diese venezianischen Masken glaube ich heißen wenn sie die venezianischen Masken sind dann sind das ganze Kapuzen die sie über den Kopf gezogen haben und diese Kapuzen kennen wir ja von heute noch wenn die katholischen Prozessionen durchziehen da sind ja auch immer noch Kapuzen da mit bei ja wie gesagt ich hatte jetzt meinen anderen Punkt den ich gerade eben sagen wollte da habe ich den Draht verloren da komme ich jetzt nicht mehr drauf aber bitte fahr fort wenn du noch weitere Anmerkungen hast nein 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 das ist mir einfach eingefallen weil diese öffentlichkeitswirkung die die Damen und dann diese Aufmerksamkeit die die Damenwelt dann plötzlich bekommen hat und zwar ganz 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 offiziell das galt ja einer angeblich guten Sache da kann ich mir halt gut vorstellen dass da so richtige Sogwirkung aufgetreten ist denn ja wie du schon sagst nach außen hin waren sie halt alle prüde und auf der einen Seite die Priester auf der anderen Seite die da halt wesensgleich ach ja über das Keuschheitsgelübde da war es wo ich drauf hinaus wollte weil du hattest ja über die Keuschheit gesprochen man darf ja nicht vergessen die Jesuiten legen ja und das hatten wir in den anderen Videos besprochen die legen ein Gelübde ab dass sie nicht heiraten ein Zölibats Gelübde aber die Jesuiten verstehen ja die biblische Lehre nicht dass jeder Sex außerhalb der biblisch ordinierten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau eine Sünde ist die sagen mit dem Zölibat dass wir halt nicht heiraten aber das heißt ja nicht dass wir keinen Sex haben dürfen dieses Verständnis bekommt man nur wenn man den geistigen Übungen der Jesuiten folgen kann diese mentale Gymnastik wie Tom Fress das eben nennt dieses Verdrehen des Wortes Gottes die Jesuiten sagen ja auch das Gebot du sollst den Gott deinen Vater lieben mit aller Macht und Kraft und alles was du hast das verdrehen die und sagen ja eigentlich sagt er ja nur du darfst ihn nicht hassen das das in auf diese Art und Weise verdreht die Moral der Jesuiten jede Moral die ein normal denkender Mensch von sich aus natürlicherweise hat und natürlich die Moral die die Bibel dem Menschen vorschreibt es sind durch diese geistigen Übungen und du darfst ja nicht vergessen wir haben immer gesprochen über Professionen über Professionshäuser auch über Noviziate auch die Kinder in den Schulen alles drum und dran die Kinder wurden den Jesuiten anvertraut die haben in den Schulen dann ihre geistigen Übungen gemacht und durch diese geistigen Übungen dafür gesorgt dass sie Autorität über die Kinder oder Schüler Studenten ausüben konnten und die haben sie dann für sich auf ihre pädorastische oder pädophile sodomitische Art und Weise ausgenutzt und das die geistigen Übungen des Ignatius Loyola liegen immer an der Basis für diesen ganzen Missbrauch das ist der Punkt mit dem wir vielleicht abschließen sollten aber du hast jetzt auch nicht den nächsten Satz gelesen sondern den Satz den du gelesen hast den hatte ich aber schon gelesen die beantworten das werden wir das nächste Mal machen da hören wir jetzt auf auf Seite 359 und da werden wir nächstes Mal weiterlesen hättest du sonst noch eine Bemerkung zu machen zum Schluss oder ich habe nichts mehr hinzuzufügen mein Zettel ist sonst abgearbeitet na guck mal an der Michael ist sprachlos gut dann möchte ich dir herzlich danken Michael dafür dass du mir heute beigewohnt hast bei der Lesung und dass wir das zusammen haben besprechen können und wir kommen jetzt wirklich langsam an das Ende wir haben noch knapp 25 Seiten oder sowas über in diesem Buch von Griesinger bis wir ganz zum Ende kommen da werden wir uns dann nächstes Mal mit beschäftigen bei einer nächsten Lesung der 37 dieses Buches von Karl Theodor Griesinger von 1866 und wir stimmen uns dann langsam ein auf den zweiten Band der dann 1872 erschienen ist und auf das Buch das ich dann danach lesen werde wie angekündigt Mysterien des Vatikans von Theodor Griesinger von 1861 ist das Buch selbst damals ursprünglich erschienen also Michael herzlichen Dank für deine Anwesenheit für deine Kommentare deine Ideen und an meine Zuschauer herzlichen Dank fürs Zuschauen fürs Zuhören und wie gesagt macht immer eure eigenen Untersuchungen glaubt nicht mir glaubt nicht dem Michael glaubt der Bibel glaubt dem Wort Gottes und studiert das Wort Gottes das muss an der Basis eines jeden seriösen Untersuchers zu Anfang stehen bis zum nächsten Mal Maranatha